In diesem Video zeige ich euch, wie ihr beim Controller Smart Trigger einbauen könnt, ohne einen Remapper zu benutzen. Das Ganze bezieht sich nur auf Version 2 Controller, genauer gesagt JDM50 und JDM55 Modelle. JDM40, also 040, gibt es aktuell noch kein passendes Smart Trigger für. Aber wenn ihr Interesse an sowas habt, dann könnt ihr gerne einen Kommentar da lassen und wenn sich genug Leute da melden, dann würde ich sowas auch in den Shop reinmachen. Das Endergebnis sieht dann so aus, dass ihr L2 und R2 einen verkürzten Druckweg habt, ungefähr 2mm, vielleicht 3mm. Und zusätzlich habt ihr noch dieses Geräusch, was einfach nur geil ist. Also das macht einfach Spaß zu spielen so. Ihr braucht dafür ein Schraubenzieher, am besten nehmt ihr eine Heißklebepistole. Es würde aber auch Sekundenkleber geben, aber ich würde wirklich eine Heißklebepistole empfehlen. Dann braucht ihr dieses Set hier, das gibt es im Shop, den Link packe ich in die Beschreibung. Und das war es auch schon. Also ihr braucht keinen Remapper, ihr müsst nicht löten, auch nicht bohren oder sonst irgendeine andere Sachen. Das geht auch sehr schnell und auch sehr einfach. Ihr macht zuerst den Controller auf mit den 4 Schrauben hier. Achso, am besten braucht ihr noch ein Messer oder sowas, aber sowas hat man hier zu Hause in der Küche. Ich nehme jetzt ein Skalpell, irgendwas Spitzes, eine Pinzette würde auch gehen. Wenn die Schrauben alle draußen sind, dann müssen wir den Controller öffnen. Gehen wir wie folgt vor, ich mache den Daumen an den Analog, sie kehren diese Kuhle und den anderen hier unten an dieses Teil. Und dann kann ich es einfach so hochklippen, mache ich auf der anderen Seite genauso, also den ein bisschen auseinanderziehen. Wenn der so halb offen ist, dann nehme ich meinen Zeigefinger und drücke den mit dem Ringfinger und drücke die Oberschale weg von der Unterschale. Das macht ihr mit Kraft, langsam aber mit Kraft und dann springt der auch schon auf. Gleich mache ich auf der anderen Seite genauso. So ist es am einfachsten, manche Leute reißen so auseinander, also die nehmen die Kraft aus den Armen. Aber dann kann es sein, dass man den Controller so komplett auseinanderrubbt und das ist nicht unbedingt gut. Also lieber mit Gefühl, mit den Fingern, dann habt ihr mehr Kontrolle, was ihr da macht. Wenn der Controller jetzt so halb offen ist, kann einfach dieses Flexkabel rausgezogen werden. Und jetzt gehe ich nochmal kurz darauf ein, woran ihr auch erkennen könnt, ob ihr ein JDM 50 bzw. 55 Modell habt oder ob ihr ein JDM 40 Modell habt. Also zuerst mal wichtig ist, dass ihr guckt, dass euer Controller, wenn ihr ihn einschaltet, dass ihr hier oben so eine Lichtleiste habt. Es geht nur für Version 2 Modelle. Version 2 ist nochmal unterteilten drei Untermodelle, also einmal 040, 050 und 055. Und wenn ihr den einschaltet, muss hier eine Lichtleiste sein. Wenn ihr keine Lichtleiste hier oben habt, dann funktioniert das, dann braucht ihr euren Controller gar nicht aufmachen, um nachzusehen. Dann funktioniert das gar nicht bei eurem. Das hier ist jetzt eine 050 Platine. Das steht auch irgendwo drauf, aber es steht nicht immer auf der Platine drauf. Manchmal haben die das weggelassen, ich weiß auch nicht wieso. Auf jeden Fall der Unterschied ist, das hier ist ein Controller mit 040. Und am leichtesten erkennt ihr den Unterschied daran, dass bei den 040, die haben auch eine Lichtleiste, ein Touchpad, da sieht man in diesem Ding, die Ladebuchse auf der rechten Seite. Also dieser Stecker für die Flexkabel auf der rechten Seite ist. Und bei den 050ern und 055ern ist er auf der linken Seite. Also der ist rechts, also kann man das hierfür leider nicht benutzen. So jetzt wieder zurück zum eigentlichen Umbau. Ihr entfernt zuerst die Schultertasten. Dazu packt ihr die Schultertaste mit den beiden Fingern an den Seiten. Und dann zuerst auf einer Seite hochhebeln und dann auf der anderen Seite. Und dann kann man das ganz schön rausnehmen. Als nächstes nehmen wir das Set. Und hier sind so kleine Schnipsel da drinne. Das ist kein Müll oder sowas, sondern das sind so kleine Klebestreifen. Ich nehme jetzt mein Skalpell. Ihr könnt das auch mit einem scharfen Messer machen oder mit einer Pinzette oder mit einer Nähnadel. Hauptsache irgendwas Spitzes, womit ihr das abmachen könnt. Und hier drunter ist so eine Klebeschicht. Das ist wie so ein kleiner Sticker. So. Diese eine Seite davon klebt nicht. Und die andere hängt jetzt am Messer. Und das Ganze wird jetzt hier reingeklebt. Wenn ich mir die Taste hier mal anschaue, dann ist hier so eine Art T. Und das wird jetzt genau hier auf dieses T so geklebt. Einfach so drauf machen. Ein bisschen mit dem Finger andrücken, dass es fest ist und nicht von alleine wieder abfällt. Und das gleiche wird bei der anderen Taste jetzt genauso gemacht. Das Ganze sieht jetzt so aus. Dieser kleine Sticker ist dafür da, dass wenn die Taste hier normalerweise gedrückt wird, dann wird hier auf diesen kleinen Pinockel drauf gedrückt. Also dieses T hier vorne, sage ich jetzt mal, das drückt dann hier drauf. Wir wollen jetzt aber hier hinter den Weg verkürzen. Und deshalb muss der Weg hier vorne auch verkürzt werden. Damit das Ganze auch bis 100% durchgedrückt werden kann. Also es ist schwierig zu erklären, aber das ist auf jeden Fall wichtig, dass ihr diese Dinger hier rein macht. Das ist zwar nicht viel, aber das ist auf jeden Fall wichtig. Und jetzt nehmt ihr hier diese gelben Teile. Und da muss man gucken, auf welche Seite die reingehören. Die werden jetzt einfach hier hinten reingesteckt. Also die rasten da einfach ganz normal ein. Ein bisschen drücken. Fest sind. Die sind auch ein bisschen am wackeln so. Wenn ihr Sekundenkleber nur habt, dann würde ich den Sekundenkleber hier unten drauf machen. Den Boden. Das Ganze dann einsetzen. Kurz festhalten, bis der richtig ausgehärtet ist. Wenn ihr aber eine Heißkleberpistole habt, dann würde ich den Taster einsetzen. Das ist der richtige Sitz. Und dann hier in die Seiten einfach ein bisschen rein machen. Da brauchen wir nicht viel rein machen. Ich würde auch wirklich Heißkleber empfehlen. Weil wenn euch das irgendwie nicht mehr gefallen sollte oder was auch immer. Dann könnt ihr das problemlos wieder raus machen. Und habt da später keine Probleme. Mit Sekundenkleber kann es dann wirklich ein bisschen schwierig werden, das wieder raus zu bekommen. Ohne dass ihr da Rückstände weiterhin habt. Nehmen wir jetzt mal den Finger und machen den nass. Das müsst ihr nicht machen, aber ich mache es, weil ich finde das schöner. Und drücke den Kleber so ein bisschen rein, ein bisschen platt. So. Man braucht nicht viel Kleber. Hauptsache der Taster hält da drin. Und das Ganze mache ich auf der anderen Seite genauso. Und wenn es jetzt eingeklebt ist und der Kleber schon ein bisschen getrocknet ist und von alleine alles hält, dann kann man die ganze Tasten wieder reinsetzen. L2 muss auf die linke Seite, ist logisch. Und R2 auf die rechte. Und dazu mache ich das so. Also die Taster kommt so von oben drauf. Und dann wird die erstmal runtergedrückt. So. Und dann einfach den Finger weiter drücken und einmal die Taste betätigen. Wenn ihr die anders machen würdet, zum Beispiel hier mit dem Bügel zuerst rüber und dann so drauf, kann es nämlich passieren, dass dieses Gummi hier so umknickt. Und dann muss man sich das rausfummeln mit dem Schraubenzieher, dass das wieder so zurückgeht. Deshalb einfacher ist es, einfach das von oben zu machen. So. Draufdrücken. Und fertig. So und das war jetzt auch der Großteil der Sache schon. Jetzt muss man auf der Rückseite hier noch, im Seitenschneider oder egal mit was, Hauptsache ihr kriegt das Ding hier raus. Weil wenn das Ganze hier zugemacht werden würde, dann würden halt diese Stege, nenne ich es immer, auf die Taster drücken und dann würde das Ganze einfach nicht zugehen. Deshalb einfach einmal in die Seite reinknipsen. Dann mal unten. So. Und das auf der anderen Seite genauso machen. Ganz sieht jetzt so aus. Muss auch hier nicht perfekt sein. Hauptsache es ist ab. Akku stecke ich mal wieder rein. Und nochmal kurz zum Verständnis. Also wenn ich jetzt die Taste bis zu so drücke, bis es klickt, also dass ich einen kurzen Druckweg habe, dann wird die Taste wie auch bei allen, den meisten anderen Smart Trigger Versionen oder Sachen, was es so gibt, wird auch nur zu 50% oder so gedrückt oder 60%. Oh, aber ich habe hier die Möglichkeit dadurch, dass der Bügel, der ist ein bisschen elastisch. Also der ist jetzt nicht weich wie ein Gummi, aber der ist auf jeden Fall ein bisschen elastisch. Der kann sich verbiegen so. Das heißt, ich kann die Taste komplett bis zum Anschlag durchdrücken. Das erfordert jetzt ein bisschen mehr Kraft als vorher, aber man gewöhnt sich da dran. Und ich würde euch auch nur empfehlen, wenn ihr jetzt ausschließlich Autorennspiele oder sowas spielt, dann braucht ihr sowas nicht. Das ist einfach sinnlos. Aber wenn ihr jetzt zum Beispiel großen Teil Fortnite spielt oder COD und zwischendrin mal so eine Runde GTA zocken wollt oder mal eine Runde Gratourismo oder sonst was, dann ist das schon ziemlich geil, weil dann könnt ihr trotzdem noch zocken, ohne einen Controller wechseln zu müssen. Also wenn ihr wollt, kann man die Taste auch problemlos durchdrücken, dass ihr wieder diese 100% habt und die Taste hält das auch aus. Also der Bügel, der fängt jetzt nicht an zu brechen oder so. Also ich kann wirklich mit meiner ganzen Kraft, jetzt habe ich ihn rausgemacht, und ich kann wirklich mit meiner ganzen Kraft die Taste drücken, ohne dass der Bügel hier abbricht. Also das ist hier alles relativ stabil gemacht. Also es geht nicht einfach so schnell kaputt oder sonstiges, nur weil ihr hier die Taste ein bisschen drückt. Und man sieht hier auch, wie der Bügel dann einfach anfängt, wenn der Taste stoppt, also wenn es nicht mehr weiter geht, dann einfach anfängt drüber zu rutschen. Also jetzt machen wir den Controller wieder zusammen. Jetzt kommt zuerst das Flexkabel hier rein. Und dann wird der geschlossen. Zuerst macht man die obere Seite rein. Hier ist dieses Fenster oder dieses Plexiglas oder was auch immer das ist. Das kommt hier oben in diesen Schlitz reingesteckt. So zwischen Touchpad und Platine. Und da macht man den Rest vom Controller zu. Kommen die vier Schrauben wieder rein. So und das war es jetzt auch schon mit dem Video. Dankeschön fürs Zugucken. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne ein Like und ein Abo da lassen. Wenn ihr irgendwie Kritik, Fragen oder Anregungen oder Wünsche oder was auch immer habt, könnt ihr gerne einen Kommentar da lassen.